Herzlich Willkommen zu unserer nächsten Orgelvorstellung von Orgelmusik Wittgenstein. Heute sind wir mal nett in Wittgenstein unterwegs, heute sind wir im Siegerland, nämlich in Siegen in der wunderschönen Nikolai-Kirche. Hier steht eine Kempeorgel mit vier Manualen und Pedalen und mit insgesamt 55 klingenden Registern. Ich fange mal an das Oberwerk vorzustellen. Spitzgedackt, 8 Fuß. Dann eine Gedacktflöte, 4 Fuß. Rohrflöte, 2 Fuß. Dann jetzt einmal die drei Register zusammen, also 8, 4, 2 Fuß. Dann kommt da noch eine Oktave, ein Fuß drauf. Und dann die Mixtur, scharf, dreifach. Dann haben wir noch eine Zunge, Vox Humana, 8 Fuß. Dann haben wir ein Schwellweg, hier unten ist der Schweller dazu. Dann das erste Register, stillgedackt, 16 Fuß. Hohlflöte, 8 Fuß. Italienischer Prinzipal, 4 Fuß. Dann Quinte, 2, 2 Drittel Fuß mit dem 8 und dem 4 Fuß. Dazu dann noch die Terz, 1,3 Fünftel. Das gibt dann die Sesquialterra. Dann eine Septime, 1,1 Sippelfuß. Mit Hohlflöte und dem Prinzipal. Das hört sich ziemlich schief an. Dann haben wir eine Trompetharmonie. Als zusätzliche Zunge ein Hautbeuss, 8 Fuß. Gamba, 8 Fuß. Dazu dann die Schwebung, Vox Cholestes, 8 Fuß. Schweizer Pfeife, 4 Fuß. Waldflöte, 2 Fuß. Streichmixtur 5-fach. Das ist eine ganz, ganz eng mentionierte Mixtur. Ja, also ein Streicher halt, eng mentioniert. Mit der Hohlflöte und italienischen Prinzipal. Ohne Mixtur. Mit Mixtur. Und dann haben wir noch ein Scharf, 3-fach. Dann das Rückpositiv hinter mir. Singend gedackt. Prinzipal 4-Fuß. Rohrflöte 4-Fuß. Sest-Qi-Alt-Hera 2-fach. Nehme ich jetzt mit dem 8- und dem 4-Fuß, mit dem Prinzipal 4-Fuß. Scharf, 5-fach. Auch wieder mit 4- und 8-Fuß. Dann Quintade, 8-Fuß. Salizional 4-Fuß. Flachfühle, 2 Fuß. Flachfühle, 2 Fuß. Quintade, 1-1-3-Titel mit dem Singendetakt. Und dann noch als Zunge Dulcian 8-Fuß. Im Pedal haben wir ein Prinzipal 16-Fuß. Aus Holz gebaut, den Impospekt. Untersatz 16-Fuß. Holz getackt, 8-Fuß. Oktave, 8-Fuß. Oktave, 4-Fuß. Bordtum, 4-Fuß. Bordtum, 4-Fuß. Mixtur, 8-Fach. Nachtorn, 2-Fuß. Rauschpfeife, 4-Fuß. 4-Fuß. Vier-Fach. Trompete, 8-Fuß. Trompete, 4-Fuß. Und Klarinne, 2-Fuß. Und Klarinne, 2-Fuß. Posaune, 16-Fuß. Und Posaune, 32-Fuß. Dann das Hauptwerk. Bordtum, 16-Fuß. Prinzipal, 8-Fuß. Prinzipal, 8-Fuß. Oktave, 4-Fuß. Prinzipal und Oktave zusammen. Dann braucht man Oktave, 2-Fuß. Mixtur, 6-Fach. Fagott, 16-Fuß. Trompete, 8-Fuß. Dann Gemsorn, 8-Fuß. Also die Leihsachenregister. Spitzflöte, 4-Fuß. Spitzflöte, 4-Fuß. Und nach Satzwei, 2-3-Fuß. Und dann haben wir noch eine Feldtrompete. Horizontaler Bauweise. Also eine spanische Trompete. 8-Fuß. Ja, das war hier die Camper-Orgel. Ich zeige jetzt noch ein paar Registerkombinationen. Für ein schönes Vorspiel, zum Beispiel auf dem Rückpositiv. Und dann Gemeindenrückleitung auf dem Hauptwerk. und dann nahm das noch ein paar Mal. Und dann hier die Kamper-Orgel. Und dann der Lübe. Und dann случ sein sie die Schall. Und dann die Schall. und dann die Schall. Und dann schall mich hier auch noch ein paar Schall. Dann kommen die Schall. Und dann lassen wir uns noch ein paar Treppen. Das war jetzt der Prinzip Parkour zur Gemeindebegleitung mit der Mixtur. Ohne Mixtur wird sich dann so anhören. Nur die Zungen mit dem Prinzipalen, ohne den Zwei-Fuß-Prinzipal jetzt, hört sich so an. Okay. Ohne die Feldtrompeder. Mit. Ohne die Feldtrompeder. Ohne die Feldtrompeder. Ohne die Feldtrompeder. Ohne die Feldtrompeder. Ohne die Feldtrompeder.